Benchmarks machen Ja, mir geht es gut und dir ja mir geht es auch sehr gut ich habe gerade die Nahrungsaufnahme hinter mich gebracht und war duschen weil ich ein tag nicht duschen war und hab gestunken weil ich dick bin und schwitzt schnell Aber sonst alles gut Bei mir und wir wollten ja Meintlich resident evil weitermachen tschüsch Und deswegen schauen wir mal wie es weitergeht würde ich sagen Und danach keine ahnung nach resident evil Was dann kommt Ewa ist es net ewa ist es net Das muss ihr nest sein Das muss ihr nest sein Ewa ist es nette Dab 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 Ah! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. oder clash royale stream du stream zwar gerade resident evil 8 aber komm spiel doch mal clash of clans digga das kenne ich noch gar nicht das spiel das ist ganz neu das interessiert jeden hier ist eins der besten spiele hast du hier spielen kannst und macht dich nicht lustig über mich du was soll das ist nicht gut Ah, pappelab, papp. Was geht ab, Big Daddy? Why is Garen? Er macht einfach den Garen aus League of Legends. Eh, Baba. Oh, kommt die Brillen. Oh, kommt sie, Brillen. Du Idiot Hör auf damit Du willst durch die Spiele mehr Klicks und Zuschauer bekommen Also mir geht's Mir geht's überhaupt nicht um die Zuschauer Ich streame ja nicht Weil ich jetzt hier sitze in der Erwartung Hoffentlich kommen richtig viele Viele Leute Gucken mir zu, hoffentlich kriege ich mehr Klicks Ich mach das doch, was ich Bock habe Im Moment ist es halt Subnautica Wie man sehen kann Vorher war es Outriders Im Moment ist es Resident Evil 8 Das ich gern durchspielen will Und nach Resident Evil 8 Vielleicht einmal ein bisschen Days Gone Antesten für den PC oder so Da hab ich zwar schon einen Benchmark zu machen Aber wenn es mir um Zuschauer und Klicks gehen würde Dann würde ich nur dieses Spiel spielen Aber nein Darum geht's mir überhaupt nicht, mein junger Freund Nee Klicks sind mir relativ egal Ich muss mich nicht durch YouTube finanzieren Oder so Ich hab genug Geld Mir geht's um den Spaß Und wenn ich ein Spiel spiele Und ich merke, ich hab keinen Spaß dabei Dann wird der Stream auch scheiße Weil dann häng ich so da Kein Bug Dann höre ich auch schnell auf zu spielen und so Nee, nee Oh, hängen hier noch mehr Klunker? Oh Oh, der Heer bin ich ja morgen noch beschäftigt Sheesh Ja, aber was Guck mal, das ist ja das Ding Ich mach das ja nicht für die Leute Das ist ja das Das ist ja das Schöne Ich richte mich nicht nach den Leuten, was die wollen Ich bin nicht denen ihre Marionette Und mach das, was die wollen Nur weil das mehr Klick gibt Ich mein, es gibt so So, 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 so Viele YouTuber Die Clash of Clans stream Die Clash Royale stream Und was sich noch alles machen Und ihre 1000 Euro Challenge Oder Wir maxen den Account mit 4000 Euro Das sind doch die richtigen, die man sehen will, oder? Das sind die Vorzeige, YouTuber 2021 Oh Der Torso, Baby Wir haben den letzten Nee, ich brauch das nicht Klicks, Mix und den ganzen Quatsch Was? Du hast was drauf, Winters Respekt Warte mal, wie kann der Typ über so einen alten Fernseher mit uns reden? Seit wann haben Fernseher Mikrofone und seit wann Egal Es ist Resident Evil Nicht mehr lange Und du bist am Ziel Ich helfe dir Aber dafür musst du Muss ich was? Komm erst mal zu mir Platziere die Flakons auf dem Altar Den Rest findest du sicher selbst raus Bis dann Winters Verdammt Ich müsste etwas netter mit meinen einzigen Zuschauer umgehen Okay Nö Also außerdem bin ich nett Ich hab dich in keiner Form beleidigt Ich hab nur ein bisschen einen auf Joke gemacht Aber wenn man sich deswegen gleich angegriffen fühlt Dann kann man auch wieder gehen Tschüssi Wie gesagt, ich mach das nicht für euch Ich mach, ich streame, weil ich Bock drauf habe Wenn sich das jemand angucken will, gut Wenn jemand sich das nicht angucken will, dann Bye 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 Da ist die Kamera Bye bye Interessiert mich gar nicht Ich krieg dir doch nicht in den Arsch Holy shit, was ist los mit dir? Wenn dir das nicht gefällt Dass das mein Humor ist Und du dich dadurch ungerecht behandelt fühlst Dann ist das dein Problem und nicht meins Nö Dann vielleicht mal einen Doktor aufsuchen Und mal über diese Probleme sprechen Weil die einzigen Leute, die immer reinkommen Die meine Zuschauer sind Die kommen dann immer nur rein und erzählen mir Was ich zu machen habe Oder was am besten für meinen Kanal wäre Ah ja Dann ist das das Echo, das du wiederkriegst Für deine Antwort Mehr ist es nicht Ich spiegel gerade nur dich Dir gefällt das aber nicht Aber mir soll das gefallen, dass du mir das sagst Was ich zu machen habe Ah ja Da merkst du schon, ne? Na ja Ja, 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 ja Okay, und jetzt kommen wir aus diesem Grab raus Jetzt sehe ich das endlich mal Was ist hier? Hier ist auch irgendwas Na ja, mit diesen Antworten, die ich manchmal mache Halte ich euch einfach nur einen Spiegel vor Das gefällt nicht jedem Muss auch nicht jedem gefallen Aber mir Mir gefällt's So Wir haben gerade ein Foto gekriegt Wo ein Fischi-Fisch ist Ach so, da waren wir schon Ja, das ist dieses Ufer draußen Und dann hinten links rum gehen Den Fischi-Fisch haben wir auch schon Ah, den Boss haben wir ziemlich schnell kaputt gemacht, ne? Also ich weiß noch Jemand hat das mal auf der vorletzten Schwierigkeitsstufe gespielt Jemand hat das mal auf der vorletzten Schwierigkeitsstufe gespielt Und der hat weitaus länger gebraucht Quicks go, bitch! Entschuldigung, der hat mich ein bisschen erschrocken Muss ich mir nicht ehrlich gestehen So, wir wollen aber noch einmal den Brief lesen Notizen zu K-Duo-Implantation Proband 174 bis 181 Proband 174 Warte mal Ey, yo, keine Lust, was geht ab? Äh, Proband, bla bla Äh, Merkmale 21, männlich Silberschmied Narben von einer Lungenentzündung Ergebnis Geringe Kompatibilität Kadu könnte nicht, äh, könnte nicht wachsen Transformation des Körpers Beeinträchtigt der, der Wahrnehmung Typische Anzeichen eines Likans Auf die Weide geschickt Proband 177 Bernadette B Merkmale 21 Weiblich Keine Beschäftigung Keine Vorerkrankung Ergebnis Tod Ergebnis Tod Proband 181 Alkina D Merkmale 44 Weiblich Nachkommen aus Adelsgeschlecht Nicht aus dem Dorf Vererbte Blutkrankheit Ergebnis Sehr gute Kompatibilität Keine Wahrnehmungsverluste Kann ihren Körper nach Belieben verändern Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert Und zur Beobachtung entsandt Hört sich sehr weird an So Und jetzt kommen wir bei dem Grab raus Und sind dann wieder im Dorf Weil ich hatte mir schon gedacht Dass wir irgendwann von der anderen Seite da raus müssen Weil wenn wir da schon nicht reinkommen Stundenlang Ja Dann entriegeln wir das nämlich so So Und das sind jetzt die Flakons Die bringen wir da hin Und dann müssen wir hier hin Hm Aber müssen wir nicht noch zu Warum war der Clash Royale Eugen so asozial? Ne der war doch nicht asozial Er hat halt einfach seine Meinung gesagt Und ich hab meine Meinung gesagt Und er hat sich dann Glaube ich Verletzt gefühlt So Na ich bin halt einer Der dann auch direkt sagt Was er denkt Wo manche passt das nicht Aber das ist ja nicht asozial Nur die Leute verstehen halt nicht Dass Das nervt Wenn Leute mal kommen und sagen Ja spiel mal Clash of Clans Oder Clash Royale Das gibt mehr Klicks Mir geht's nicht um die Klicks Ich scheiß auf Klicks Ich bin auch erfreut Dich lebens wiederzusehen Dir auch Duke Kriegen wir erstmal den Shit rein hier Nur ist ja in Ordnung Was Ich glaube in die Richtung müssen wir Was 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 Duke Erzähl's mir Du möchtest etwas kaufen Aber mit Sicherheit nicht Ich will nur was verkaufen Junge wir haben so viel Cash gemacht Holy Shit Wir haben 10 Stück davon Ich weiß gar nicht wohin mit dem ganzen Geld Komm wir haben jetzt Klotzen statt Wir haben jetzt eine halbe Million Lay Eine halbe Million Lay haben wir jetzt Und wir können absolut nichts kaufen Nichts los Und die Fische haben wir auch noch nicht Fünf Fische fehlen uns noch Peace out Motherfucker Mal sehen was du auf deiner Reise so alles findest Naja das ist nicht so schlimm wenn du es nicht mitbekommen hast Es ist halt nur nervig immer zu hören Ja mach mal Clash of Clans Da kriegst du mehr Klicks Nein ich hab keinen Bock dieses Spiel zu spielen Ist langweilig Was war das Es gibt weitaus coolere Games im Moment Die man spielen will so Und wenn ich Wenn ich jemandem dabei zusehen will Wie der eine Stunde lang Oder 10 Minuten lang farmst Dann kann man auch andere YouTuber angucken Und ich hasse das Wenn mir Leute mal erzählen wollen Was ich zu machen habe Damit ich mehr Klicks kriege Ich scheiß auf die Klicks Ich spiel oder mach meine Sachen Weil sie mir Bock machen Und auch wenn ich hier keine Zuschauer habe Beim Stream Ich spiel trotzdem das Spiel und Streams dabei Ist doch scheißegal Es geht doch nicht um die Views man Es geht um den Spaß den man hat Oh Hallo Da hat Umbrella das Zeichen her Ne das ist Das Problem ist einfach Dass viele Leute immer nicht nachdenken Bevor sie jemandem irgendwas erzählen So das hat auch mit Meinungen nichts zu tun Wenn ich zum Keine Sorgen um das Kind Alles wird gut Na los Komm einfach über die Brücke Wenn ich zum Beispiel jemanden Nicht gut finde Oder das was er macht Im Moment nicht feiere Und ich will was anderes von ihm sehen Schreibe ich ihm das trotzdem nicht Ich gucke ihn einfach nicht Wenn er nicht das macht Was mich interessiert Fertig Und wenn er was anderes macht Und er der Meinung ist Dass das ihm mehr Spaß macht Dann ist das schön für ihn Und da werde ich ganz sicher nicht Hingehen und ihm sagen Er muss was anderes machen Damit er wieder mehr Klicks kriegt Die Leute denken immer so So dass YouTube Halt doch mal dein Maul Die Leute denken immer Dass YouTube Nur dazu da ist Klick Und Geld orientiert zu sein Naja Decker Ich mache das einfach auch Spaß Und manchmal mache ich Tutorials Auch zu Sachen Weil mich andere Leute Die diese Tutorials machen Mich triggern Weil die Leute Clickbait betreiben In ihren Tutorials Zehn Minuten brauchen Um in zwei Minuten zu erklären Was überhaupt los ist Und irgendwelche Downloadlinks machen Wo Werbung und Viren hinterstecken Und ich mache das dann normal Deswegen habe ich diesen San Andreas Deswegen habe ich GTA San Andreas Zum Beispiel gemacht Als Als Denkst du hier Mit diesem Grafikmod Weil das meiner wenigstens funktioniert Meiner kannst du aus der Dropbox runterladen Und bei mir ist ganz sicher Kein Virus Link Und da hat man ja ganz viele von Die dann immer irgendwie Betrügen wollen Dieses Geld orientierte Und ich brauche Klicks Das kann diesen Tramax machen Oder wie die heißen Montjantaner Speck Und die anderen Leute Die Die Gerne Im Mund nehmen Und das machen Was sie wollen Mir ist das egal Braucht das nicht Normal Ne Wenn es mir nach Klicks gehen würde Wie gesagt Dann würde ich Fortnite spielen Als das rauskam Ich hätte bei diesen Behinderten Pokémon Karten Die 10 Cent wert sind 40.000 Euro ausgegeben Für so eine schwule Karte Um so ein Boosterpack aufzumachen Und dann so zu tun Als wäre das voll heftig Wenn ich so eine glitzernde Karte kriege Der Das ist halt einfach Alles Diese ganzen Hypes Sind so Schmutz in meinen Augen Aber Ich gehe nicht hin Und erzähl's denen Die sollen machen Was sie wollen Die kriegen damit gut Geld Digga Die Kids klicken das Die geiern das Feiern so einen Müll Ne Sollen sie doch machen Ist doch gut Verdienen sie ordentlich Asche mit Hm Wo müssen wir denn längst Jetzt Hier gibt's Zwei Wege Okay Die Entscheidung Wurde mir schon mal abgenommen Hm Na Wie gesagt Ich spiel das Worauf ich Bock hab Fertig Und wenn ich Ein Klick kriege Kriege ich eine Und wenn ich 20 Dislikes Auf dem Video kriege Kriege ich 20 Dislikes Juckt mich nicht Das ist der Algorithmus Ich mag das nicht Wenn das manchmal so geht So Ah Was ist das Mia Wahrheit tut weh Gib's zu Du denkst Wenn du mich beseitigst Kriegst du deine Geliebte Rose zurück Ich werde sie retten Sieh mal Du Du verstehst das falsch Verdammt Ich rede Letzte Warnung Penner Bitte verzeih Setz dich Hör zu Die verarschen dich Was soll das heißen Dass das ein Spiel ist Ich sagte Setz dich Ein monströses Miststück Eine Psychopuppe Und ein Schwachkopf Kapierst du nicht Die testen dich Ob du stark genug bist Teil von Mirandas Familie Ich will kein Teil ihrer Familie sein Ich auch nicht Und sieh mich an Ich bin der Nächste Richtig Beseitigst mich Nimmst meinen Platz ein Denk nicht mal Ich interessiere mich Einen Scheiß für dich Ich will einfach Meine Tochter Ich doch auch Weißt du nicht Wie mächtig Dieses Kind ist Lässt sogar Miranda zittern Ich schwöre Wenn du nicht Sofort aufhörst Du und ich Ethan Wir retten Wir retten Deine geliebte Rose Und benutzen sie Um Miranda In Stücke zu reißen Meine Tochter Ist keine Waffe Fick dich Letzte Chance Du willst nicht wissen Was da unten ist Das Risiko Gehe ich ein Warte mal Er hat ihn gerade angeboten Dass man zusammen Miranda kaputt macht Was wirklich easy wäre Und er lehnt ab What the fuck Ein Auto-Mensch Scheiße Sackgasse Scheißt auf Viel Spaß beim Training Was war das für ein Ding Das wird ja hier sehr interessant Irgendwelchen komischen Gebauten Monstern Ganz prawda Was war das für ein Ding Das war das purchased Johannes Was ist das für ein Ding Was ist das für ein Ding Was ist das für ein Ding muss echt mehr mit der sniper ballern ich habe einfach 55 schuss mit der ist hier noch er hier ist noch was wo haben Irgendwo muss hier noch was liegen Ich hab hier irgendwas übersehen Jetzt ist der Raum blau Das ist der Raum Aber der Deal mit Heisenbeck, den hätte ich eigentlich angenommen, wäre ich Ethan gewesen. Ist irgendwie schlauer gewesen, wenn wir das mit Ethan zusammen gemacht haben. Hier stellt Heisenbeck wohl seine Roboterarmee her, wa? Interesting thing. Oh, hier ist ein Kugelspiel. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass wir die Kugel haben. Ist ja eigentlich immer so ein Endgame-Ding. Wir gehen erst mal zum Duke. Echt? Willkommen, Ethan. Ah, der gute alte Duke hat immer neue Sachen, ne? Oh. Ne Mac-10 oder was? Eine Hump-Automatische Flinte. Die hat 1160 auf Stufe 1 und die hat 720. Für was ist das? Spezial für eine Flinte. Ah, okay. Oh, größerer Koffer. Da hast du allerdings recht. So, dann verkaufen wir erst mal unsere Pistole. Essen ist Leben. Essen ist Leben, sagt der Dicke. Dann verkaufen wir erst mal unsere... Wo sind denn die Knarren? So, die Pumpgun geht weg. Die hat 960, ne? Ja, die kann zweimal noch getunt werden, aber das bringt ja nichts. Weg damit. Da kaufen wir uns die Flinte. Dann kaufen wir uns die hier. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. Dann kaufen wir uns das. Dann kaufen wir uns das. Dann gönnen wir uns das hier und dann haben wir schon fast kein Geld mehr. Doch gut, dass wir so viele Moneten haben, wa? So, dann verbessern wir mal die da, oder? Nachlade. Wir machen mal ein Magazin. Und schon haben wir keine Moneten mehr. Ja, holy shit. Mach ich auch nicht. So. Snipergewehr. Pumpgun. Da gibt es sogar noch mehr Aufsätze, ne? Und fürs Revolver gibt es auch noch mehr. Wir haben auch noch einen Dietrich. So, dann haben wir den oberen Platz noch frei. Granatwerfer. Nächstes Mal. Granatwerfer. Geh nicht verschwenderisch mit deiner Munition um. Geh nicht verschwenderisch mit deiner Munition um. Gucken wir mal, was hier ist. Schießpulver. Da brauchen wir doch ganz schön viel Schuss schon. Ist nicht genug Strom drauf. Das war so geil. Einfach durch beide Köpfe durch. Genau so stelle ich mir das vor. Alter, Schrott haben wir aber auch schon wieder genug, ne? Okay, hier kann man irgendwas schmelzen. Okay. Na, wer wird denn gleich da? schief liegen. Ach, guck mal hier. Können wir direkt unseren Dietrich benutzen. Ey, Lohans, was geht ab? Hi. Hallo, my friend. Wie geht es Ihnen? Nicht genug Strom drauf. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, dir geht es gut. Ja, wer wird denn gleich. Feierabend, alles gut soweit. Alles gut soweit. das ist schön dann wünsche ich dir einen schönen feierabend genieß es so was kann ich jetzt hier machen offensichtlich hier reinlegen oder was herr wo sind die chemikalien danke ja jo danke gleich noch ein wenig zombies zocken was für zombies zocken also cd-zombie langweilig ich möchte nicht dass du das spielst ich verbiete dir das rote punkte sind einfach dazu da um beschossen zu werden was soll ich sagen leute es fühlt sich das resident evil fühlt sich halt einfach an wie ein shooter das war nicht getroffen ja das war aber so drauf ja der schuss war normalerweise war der sowas von grau man gibt sich doch ordentlich geld ne der gute lo der lohans wir haben 13 von 3 noch also noch genug schuss hier ist der weg versperrt wo können wir denn bloß längs mal nachdenken ach guck mal da eine markierung die uns schon zeigt bevor wir überhaupt selber gesucht haben wo wir hin müssen von der anderen seite verschlossen blärt ach guck mal eine an schrotflinten im jonesch und mechanisches teil zylinder das ist aber bestimmt nichts wichtiges hier fehlt ein zahnrad die alten teile waren wohl schwerer jetzt schon resident evil ne aber ich sehe das hier nicht als resident evil für mich ist das so ein action ego shooter gepaart mit ein bisschen story und so also ich bin ja mit resident evil groß geworden für mich ist das hier kein resident evil nein ich sehe es eher so als fun game dafür sind da zu viele albernheiten einfach drin mechanischer soldat modell soldat version 1.01 kopf stück an schädel angebracht elektroden melden stabile gehirnströme experiment 1 kampf gegen lykans wurde nach drei minuten demontiert und gefressen fähigkeiten hinsichtlich zerstörung und tötung mangelhaft mechanischer soldat modell soldat version 1.1.0 habe unterarm mit bora ersetzt bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnder outputs unzureichend mit lebenden körper körpern versuchen viertens mechanischer soldat 1.1.5 kadu reaktor in brust implantiert deutlich verbesserte output experiment 2 kampf gegen lykana innerhalb einer minute drei lykans zerstört gute ergebnisse aber probleme mit der durability des reaktors könnte bei zerstörung des reaktors unvermittelt funkt unvermittelte funktionen einstellen ja also dieses was in der brust ist du hast nicht 1 durch gespielt dein onkel hat die alten immer gespielt ja dein onkel weiß was gutes was soll ich sagen warte mal wo war denn jetzt die abkürzung für den shit und außerdem ist hier noch was karte der fabrik unter bereich ah hier ist noch was jetzt ist blau jetzt fühle ich mich gut nr 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 Oh, da ist er putzgegangen. Oh. Mimimimi. Mimimimi. Mahlzeit-Labium. Kneipengauer, hallo. Und Rio, hi. Du hast nicht eins gespielt. Ja, dafür musst du auch älter sein. Also die, hast du nicht mal das... Lohans, hast du nicht mal das Remake gespielt? Oder das Remaster, Resident Evil 2 und 3? Nicht mal das? Das ist echt schade. Weil das Remaster war übelst geil. Also Resident Evil 2. Wie geht's gut, Leute? Wie geht's euch? Oh, Ethan. Du enttäuschst mich. Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Milchstück verbinden. Wirklich, wirklich enttäuschen. Sie hat mich uns zu ihren Kindern gemacht. Hat uns ein Wies... Hey, was musst du am Minimum machen, um in deinen COC-Clan zu kommen? Das Erste ist, hier nicht die Frage stellen, sondern selber aktiv werden und die Beschreibung lesen in Clash of Clans. Echt? Das war nie so deins zum Selberspielen? Wow. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe! Also brauche ich machen. So viel, wie nötig ist, sie zu vernichten. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Storken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Danke, Sascha. Jo, danke für den Follow. Und hallo. Ich hab die dicke Eier Energy. Hast du auch nie in Dark Souls gespielt? Ehrlich, ich muss dir sagen, Dark Souls war aber auch nicht meins. D'Axuls. D'Axuls. Hab ich halt auch nur so gezockt. Also ab und zu mal ein, zwei Mal. Dark Souls 2 war das Einzige, das ich gespielt habe. Dark Souls 1 und 3, glaub ich. Ne, 3 war das, was ich gespielt hab. Aber ja, sonst so, keine Ahnung. Dark Souls war auch nicht so meins. Aber Resident Evil könnte dir, glaub ich, gefallen, Low. Jetzt kommen die Rainbow Six Reflexe. Direkt, wenn er um die Ecke kommt, kriegt er einen rein. Her, den ganzen Loot. Warum ist deine Cam so klein? Ja, hier geht's ja nicht um mich, ne, hier geht's ums Spiel. Ich mein, ich kann die, ich kann die Cam auch, äh, so machen. Warte. Warte, wo ist es? Ich kann die Cam auch so machen. Oder so, aber ich glaub nicht, dass das jemand so, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum die, die Cam immer so wichtig ist. Die Cam ist klein in der Ecke, dann kann man den fetten Typen sehen, der das Spiel spielt, das reicht auch. Und ich schäme mich wegen meinem Körpergewicht, deswegen ist die Cam so klein. Warte mal, von hier sind wir gekommen. Oder? Noch ne Mine? Warum so viele Minen? Oh. Hallo? Hallo? Warum hat der einfach geschossen? What? Nee, aber Cam ist immer, immer klein. Uh. Oh. 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 Bruder, was hat das denn für ein Kartoffelkopf Der war ja ultra schwach Wo kommt man eigentlich deine eine große Frau in dem Game zum Einsatz Die war schon lange da Die Lady Dimitres ist das Da waren wir schon lange Also Lady Dimitres das ist gleich zum Anfang Das kannst du aber auf YouTube noch sehen Also wenn du das unbedingt sehen willst Auf YouTube ist das vertreten Na, auf YouTube kann man sich das immer noch geiern Aber sonst Erbsensuppe Leute, ich hab du nicht ein bisschen Körper So, ein bisschen Wasser drüber Dann geht das schon Propellerboy Aaaaaah So Die Map Rufen wir mal den Aufzug Ich habe mein Geschäft erweitert Komm, sieh dich um Suchst du nach etwas Bestimmtem? Komm, ich habe mein Geschäft Erweitert Ich bin Duke Sieben Stück Fünf Stück Zwei Stück Das verkaufen wir nicht Weil das kann kombiniert werden Ah Was hast du denn erweitert Keule Ich sehe hier nichts Essen ist Leben Essen ist Leben Mit Vergnügen Mit Vergnügen Ich bin